Das Besondere an dem Urteil, das das Landgericht Stuttgart heute gefällt hat, ist, dass es zum ersten Mal Bordellbetreiber in Haftung nimmt für die Beihilfe zum Menschenhandel und zur Zwangsprostitution und eben Verantwortlichkeiten benennt, was bisher in der Bundesrepublik noch nicht passiert ist. Der Stuttgarter Prozess hat die ganze Palette des Rotlichtmilieus inklusive des Betrugs an den Investoren aufgeblättert. Es wurden geschädigte Frauen gehört, es wurden Zuhälter noch einmal gehört, es wurden die Investoren, die um ihr Geld gebracht worden sind, um in die Paradise-Bordellkette zu investieren gehört. Und es sind alte Ermittlungsvernehmungen verlesen worden, sprich, es ist wirklich jede Ecke ausgeleuchtet worden, sodass auch Zuschauer, die sich die Mühe gemacht haben, zuzuhören und zuzusehen, begreifen können, wie das Milieu funktioniert. Wenn das Urteil Bestand hat und vom Bundesgerichtshof nicht an das Landgericht zurückverwiesen wird, dann hat dieses Urteil das Potenzial, etwas zu verändern, weil es, wie gesagt, deutlich gemacht hat, wie Prostitution funktioniert in vielen Fällen. Es hat mit dem Mehr von der sauberen Prostitution, die nach dem Prostitutionsgesetz so in aller Munde war, aufgeräumt und niemand kann mehr sagen, er wisse nicht, was in den Bordellen passiert. Vor dem Hintergrund, dass 80 Prozent der Prostituierten in Deutschland aus Osteuropa kommen, sich diesen Beruf nicht aus Neigung, sondern aus wirtschaftlicher Not ausgesucht haben, ist einfach ganz klar, ein Großteil der Frauen, die in deutschen Bordellen arbeitet, tut das nicht freiwillig. Und es gibt sowieso Untersuchungen, die sagen, dass Prostitution von den Frauen als permanente Vergewaltigung empfunden wird. Prostituierte zu sein, ist nicht ein Beruf, wie Friseurin zu sein. Und was bei diesem Prozess und auch in der Berichterstattung im Vorfeld der Eröffnung des Paradise mich immer wieder überrascht hat, war die Selbstverständlichkeit, mit der Gesellschaft auch Bordellbetreiber hofiert, die enge Vernetzung, die das gemeinsame Feiern auf Festen, es gibt offenbar kein Bewusstsein dafür, dass in der Prostitution Frauen wirklich wahre sind. Und es nimmt einfach zu auch, dass man nach einer Abifeier nochmal kurz ins Bordell fährt, Betriebsabschlüsse erfolgreiche werden im Bordell gefeiert und auch Fußballereignisse werden im Bordell gefeiert. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der räumt hoffentlich dieses Urteil auf, weil es hinter die Kulissen geguckt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017